Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Schulungsvideo für Green ICT. Mein Name ist Franziska Meisel und ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Themenbereich der Batterien. Im ersten Video bin ich auf die Grundlagen eingegangen, wie eine Batterie aufgebaut ist und wie sie funktioniert, wie sich die einzelnen Batterietypen voneinander unterscheiden und wie sich der Batteriemarkt und die verschiedenen Anwendungen entwickeln. Wer das Video noch nicht kennt, schaut gerne nochmal vorbei, wir verlinken es gerne hier unter diesem Video. Heute möchte ich näher auf die Zusammensetzung eingehen, welche Probleme es in der Rohstoffversorgung gibt und warum ein Recycling der Batterien wichtig ist. Sehen wir uns zunächst an, welche Rohstoffe in einer Batterie enthalten sind. Natürlich ist dies je nach Batterietyp unterschiedlich, weshalb ich in diesem Beispiel näher auf die Lithium-Ionen-Batterie eingehen werde. In dieser Grafik sehen wir den klassischen Aufbau einer Lithium-Ionen-Batterie, wie schon im ersten Video näher beschrieben. Das Gehäuse besteht meistens aus Eisen oder Aluminium, kann aber auch aus Kunststoff bestehen. Die Kathode kann je nach Batterietyp die Rohstoffe Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan, Phosphor oder Eisen enthalten. Die Anode besteht meist aus Grafit, zukünftig könnte aber auch ein geringer Anteil an Silizium eingesetzt werden. Die Kollektoren bestehen aus Kupfer und Aluminium. Das Elektrolyt kann ganz verschiedene Zusammensetzungen haben, von den hier gezeigten Rohstoffen werden aber Lithium und Phosphor eingesetzt. Zuletzt noch der Separator, der aus Kunststoff hergestellt wird. Das Europäische Gesetz zu kritischen Rohstoffen, der sogenannte Critical Raw Materials Act, den wir euch natürlich auch unter dem Video verlinken, definiert kritische und strategische Rohstoffe. Ziel ist es, die Industrie der EU konstant und nachhaltig mit kritischen Rohstoffen zu versorgen und ihre Abhängigkeit von einzelnen Ländern zu verringern. Als kritische Rohstoffe sind diese definiert, die bereits durch den starken Verbrauch und die Abschätzung geringer Verfügbarkeiten in der Zukunft als kritisch eingestuft wurden. Dazu zählen auch die für Batterien wichtigen Rohstoffe Lithium, Kobalt, Mangan, natürliches Graphit, Phosphor und Silizium. Strategische Rohstoffe bedeutet, dass diese aufgrund neuer Technologien vermehrt eingesetzt werden und daher noch nicht kritisch, aber in Zukunft aufgrund ihres erhöhten Bedarfes potenziell kritisch werden könnten. Hierzu zählen zum Beispiel Nickel und Kupfer. Insgesamt werden in dem Raw Materials Act 34 kritische und strategische Rohstoffe angegeben. Im Jahr 2011 waren es noch 14 Rohstoffe und im Jahr 2017 27 kritische Rohstoffe. Um zu sehen, wie sich der Trend am Batteriemarkt der Rohstoff-Situation anpasst, werfen wir zunächst einen Blick auf die verschiedenen Kathodenchemien für Lithium-Ionen-Batterien und deren Zusammensetzung. Die wichtigsten Kathodenchemien sind Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid NMC, Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium NCA, Lithium-Eisenphosphat LFP, Lithium-Kobalt-Oxid LCO und Lithium-Mangan-Oxid LMO. Die NMC-Batterien können verschiedene Anteile an Nickel, Mangan und Kobalt besitzen und somit die Kritikalität der Rohstoffe umgehen. So besitzt die NMC-111-Kathodenchemie gleiche Anteile an Nickel, Mangan und Kobalt, während die Kathodenchemie NMC-811 mehr Anteile an Nickel als Kobalt enthält. Die LFP-Batterie setzt kein Kobalt ein und wird deshalb auch zunehmend im Elektromobilbereich eingesetzt. Hier sehen wir die geschätzten Marktanteile der Kathodenmaterialien im Jahr 2016 und 2023. Während 2016 noch die NMC-111-Kathode sehr dominant war, dominieren 2023 eher kobaltarme Kathodenchemien wie die NMC-811 oder NMC-622. Der Trend der Kathodenchemien am Batteriemarkt verändert sich also auch durch die kritische Rohstoff-Situation weg vom Einsatz kritischer Rohstoffe hin zu weniger kritischer Rohstoffe. Dazu zählen auch neue Batterietechnologien wie die Natrium-Batterie, Feststoffbatterien oder Lithium-Luft- und Lithium-Schwefel-Batterien, auf die ich hier aber nicht näher eingehe. Um zu verstehen, warum die Rohstoff-Situation so heikel ist, ist es wichtig, einen Blick auf die Rohstoffverfügbarkeiten der einzelnen Länder zu werfen. In dieser Grafik sehen wir die Primärressourcen für Lithium in den einzelnen Ländern. Das bedeutet, wo es Lithium-Ressourcen gibt, die mit heutigen Technologien wirtschaftlich abgebaut werden können. In Europa gibt es nur 1% der weltweit verfügbaren Ressourcen für Lithium, während 90% der Primärproduktion auf die drei Länder Australien, Chile und China verteilt ist. Mit 53% der weltweiten Lithium-Primärproduktion hat Australien den größten Anteil. Der Primärabbau von Kobalt findet zu 73% im Kongo statt, was viele Länder von nur einem einzigen Land abhängig macht. Nicht zuletzt wegen dieser Rohstoff-Situation geht der Trend am Batteriemarkt eher zu kobaltarmen Kathodenschämien. Der Primärabbau von Nickel findet zu 49% in Asien, nämlich in Indonesien und den Philippinen statt. Auch Australien und Russland haben große Nickel vorkommen. Natürliches Grafit wird hauptsächlich in China abgebaut, was auch hier eine Abhängigkeit von nur einem Land bedeutet. Diese Rohstoff-Situation nur einiger strategischer und kritischer Rohstoffe zeigt, wie wichtig es ist, auf Alternativen zurückzugreifen und gerade in rohstoffarmen Regionen wie Europa oder auch Deutschland die Rohstoffe aus den Abfallströmen wieder zurückzugewinnen. Und nicht nur dafür brauchen wir Recycling. Recycling ist natürlich wichtig zum Sparen dieser wertvollen Primärressourcen und der Erzeugung von Sekundärrohstoffen für den Einsatz zur Produktion neuer Batterien. Gerade in Entwicklungsländern mit weniger Umweltregularien kommt es durch den Einsatz von giftigen Chemikalien bei der Extraktion und Weiterverarbeitung der Rohstoffe zur Verschmutzung der Umwelt und weiteren Umweltrisiken. Der Abbau von Primärrohstoffen ist zusätzlich mit einem hohen Wasserverbrauch, aber auch mit einem hohen Energieeinsatz verbunden, der zu einem hohen Ausstoß an CO2-Emissionen führt. Neben den Risiken für die Umwelt ist ein weiteres Problem weniger regulierter Länder die Verletzung von Menschenrechten wie unfaire Bezahlung, Kinderarbeit oder Korruption. Des Weiteren kann es auch zu gesundheitlichen Risiken durch fehlenden Arbeitsschutz oder der richtigen Ausrüstung im Kleinbergbau bei den Arbeitern kommen. Zusätzlich drängen die steigenden Verkaufsmengen an Batterien und damit auch steigende Mengen im Abfallstrom die Recycler dazu, ihre Recyclingkapazitäten auszubauen oder auch neue Batterierecycler dazu, sich am europäischen Markt zu integrieren. Auf dieser Grafik sehen wir eine Übersicht der in Europa ansässigen Recyclinganlagen, die Stand heute in Betrieb sind. Hierbei könnt ihr sehen, dass diese sich jedoch auf wenige Länder verteilen. Das bedeutet, dass die Abfälle innerhalb Europa exportiert und importiert werden müssen, was bei Gefahrtransport wie Batterien immer ein Risiko darstellt. Die bereits genannte Entwicklung am Batteriemarkt führt jedoch zu einer Zunahme an Recyclinganlagen und damit auch an Recyclingkapazitäten in Europa. Die nun gezeigten Punkte sind die Recyclinganlagen, die bereits in Planung und in den nächsten Jahren am Recyclingmarkt etabliert sein werden. Das bedeutet, dass Europa eigene wertvolle Sekundärrohstoffe produzieren kann und somit zunehmend unabhängiger im internationalen Rohstoffmarkt werden kann. Ich fasse nun noch einmal zusammen, was ich in diesem Video erklärt habe. Batterien können eine Vielzahl an kritischen und strategischen Rohstoffen enthalten. Der steigende Rohstoffbedarf, gerade durch neue Technologien, zwingt den Batteriemarkt zum Umdenken und wir sehen immer mehr den Einsatz von weniger kritischen Rohstoffen. Die Kritikalität der Rohstoffe und die Abhängigkeit einzelner Länder erfordert gerade in Europa ein gutes Recycling. Hier sehen wir jedoch den positiven Trend zu steigenden Recyclingkapazitäten. In einem unserer aktuellen Forschungsprojekte Futuram beschäftigen wir uns genau mit diesem Thema, zukünftige Verfügbarkeiten von Sekundärrohstoffen abzuschätzen. Wir verlinken euch die Webseite unter dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einiges über Batterien beibringen und ihr schaut in einem unserer weiteren Videos von Green ICT wieder vorbei.